Willkommen zu einem weiteren, anah, ich bin so dumm zum Kacken, hallo und willkommen zu einer bei, hallo, eins, zwei, drei, hallo und willkommen zu einem, alter das ist doch unmöglich, hallo, wir kommen zu einem weiteren Spieletest, einfach Spieletest, ich bin so dumm, so, Kaugummi, wieder am Start und heute geht es um, ähm, Real Steel, den Film kennt bestimmt einer von euch mit diesem Roboter und dem kleinen Jungen, die so boxen und tanzen und so, und We are B is World Robot Boxing oder so, glaube ich, so, Hauptpanzer wird gescannt, okay, ist jetzt nicht mehr so, so zeigt, wie ich spiele, sondern die App zeigen, also, wie das so funktioniert alles, so, so, den Anfang, das Tutorial oder so spiele ich halt jetzt mit euch und ich wollte euch für über 15 Abonnenten danken, es berührt mich in der Seele, Nein, Spaß, können ruhig noch mehr werden, also die das gucken und denken, ich bin mit 15 zufrieden, ich bin nicht mit 15 zufrieden, das müssen 700.000 werden, mhm, ja, ihr habt mich richtig gehört, so, es lädt, und es lädt weiter, wenn du deine Spezialwerte upgradest, kann dein Roboter einen kritischen Treffer landen, cool, Das Video geht jetzt schon 5 Minuten, nur wegen diesem hässlichen Ladebildschirm, ich find's dumm, ah, jetzt, das ist Real Steel World Robot Boxing, bist du bereit für ein paar actiongeladene Roboterkämpfe, ja, bin ich, Ambush, Ambush, The Comic Book Crusher, Versus Bio War, Der kommt aus der Ukraine, Ich komm aus den USA, Er hat viel mehr Kampfgewicht, Ich bin kleiner, Na, Mann, jetzt kann ich das nicht mehr zu Ende lesen, Jetzt hab ich die Mütze auf, Ha, die sieht ja lustig aus, Okay, jetzt der, Ha, der sieht ja noch lustig aus, da ist gerade der übliche thomas vorbeigelaufen so wie steuere ich das jetzt naja ist mir jetzt hier gezeigt so hier kann ich laufen ziemlich gut springt so ich bewege mich jetzt gleich wieder weg ah ok bamm 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 komm her schwere schlag nochmal schwere schlag schwere schlag uuuh komm nachher was greife die aaa komm schwere schlag komm schwere schlag und jetzt spezialangriff uuuh 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 maximaler schaden ambush ist voll das tier die nehmlich greife an ok komm her komm her komm her komm her uuuh aaaaaaah scheiße 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 was kämpfe und besiege den ach das ist ja einfach der hat ja nur noch 302 leben boom a e i e uuuh uuuh sogar mit lilanen farben das spiel ist aber nicht jugendfrei ich hab dem hier einfach so den kopf abgetrennt uuuh 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 tolle moves ja als du 35.000 ja gut danke bla 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 ok ich will ambush uuuh uuuh wer ist denn der billigste hä was ist das fürn fett sagt ah das ist sogar fettball nur den will ich gar nicht kaufen das ist auch hässlich natürlich hab ich gerade richtig gebankt Häh das ist doch atom den will ich haben Hä, wieso kostet der so Gold? Ich habe aber gar nicht so viel Gold. Das ist für Lunte. Hm. Ne, Mann. Okay. Okay, wir nehmen einfach Ambush. Würde ich sagen. Ambush hat einfach Style. So, jetzt haben wir Ambush. So, tippe, äh, bla, bla, bla. Kampfmodi. So, wie lang geht denn das schon? Ja, gut, 10 Minuten können wir auch mal aufnehmen. Okay, Boost. Ich will kein Boost. Gut, tschüss. Und Kampf. Uh, ich habe viel gewinnt. Kein viel gewinnt. So, ich muss jetzt erst Ambush. Dann Fatboy. Dann Bio. Alter, nicht mal das kann man zu Ende lesen. Muss ich die alle besiegen und dann kann ich den. Muss ich die alle besiegen und dann kann ich den besiegen. Und dann muss ich die alle besiegen. Und dann kann ich gegen Zeus kämpfen. Der auch im Film der Endgegner von Atom ist. So, ja, ich muss gegen Midas als letztes kämpfen. Ich mag nie das. Weil dem so ein Trainer so ein Psycho ist. Hey, wieso hatte ich da bei Sterne? Ich 34 und der 35 finde ich schon wieder unfair hier. Der Comic Book Crusher. Okay, Ambush. Ich habe, ich habe natürlich schon das Spiel. Und Ambush hat halt lange Arme. Früher habe ich immer diesen Bio-War genommen. Weil. Und Harte schlag. Und boom. Bang. Ja. Mhm. Ja. Was ist das? Komm. Komm schlag. Hä, wieso zieht ihr mir was? Komm doch. Komm schlag. Schlag. Oh, 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 oh. Maximale Verteidigung. Wir verlieren wahrscheinlich den ersten Cup, weil ich so schlecht bin. Ey. Ey. Ich kann ja gar nicht schlagen. Uh. Ey. Maximaler Schaden. Okay, wir werden dieses Teil hier auf jeden Fall verlieren. Oder? Oder? Boom. Nein. Oh, oh, oh. Scheiße. Ich will mich jetzt nicht reparieren. Ich will mir das irgendwie aufheben. Oh, oh, oh. Ja. 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 Boom. Jetzt haben wir ihn besiegt. Okay, das war zu knapp. Das war zu knapp. Wir müssen uns bessern. Oder ich muss mich bessern. Vielleicht mache ich noch so ein Zwischenupdate, wenn ich mal besser in dem Spiel bin. Wenn ich so Zeus habe und das als Roboter. Wir müssen mal Paul fragen. Schreibt mal unter seine Videos. Da hat er das Spiel auch mal und der ist bis zu Zeus gekommen. Der hat sich bis zu Zeus hochgekämpft. Aber so viel ich weiß, hat er nicht gegen Zeus gewonnen. Aber es kann auch sein, dass er gewonnen hat. Ich bin mir noch nicht sicher. So, was muss ich jetzt machen? Ach so, Zufallsziehung. Bla, blub, blub. Oh, nee, nur Bronze. Ich sag, ich kriege Gold. Wäre viel cooler. Okay. Schreibt in die Kommentare, was ich nächstes Mal nehmen soll. Ich nehme jetzt einfach das mittlere. Und wir kriegen Bio-War. Will ich nicht. Aber egal. Können wir verticken. Hallo Bio-War. Verkaufen wir dich mal für 3500. Du bist es mir nicht wert. So, Premium-Roboter sehen ein nach... Ah, geil. Bla, bla, bla. Okay. Okay. Was soll ich denn jetzt machen? Hä? Ja, okay. Ja, ich will es nicht teilen. So. Ja, ich will jetzt den... Na gut. Kriege ich keine... Kriege ich keine Preise. Kein Gold. Egal, Leute. Wir sind... Die rassieren trotzdem alle. Wir sind... So, Roboter Invent... Ah, nee, ich wollte auf Upgrade gehen. Sorry. Upgrade. Wir upgraden jetzt unseren Roboter. Und zwar... Was können wir denn so alles upgraden? Wir können... Energy upgraden. Wir können... Panzerung. Wir können Stärke. Wir können... Nochmal Panzerung. Ich zeige, wir machen dieses doppelte Panzerung, weil das schon ganz schön cool ist. Dann... Machen wir es gleich nochmal, würde ich sagen. Was ist da? Mhmmm... Gut. Können wir das gleichzeitig machen? Finde ich nice. Machen wir jetzt natürlich gleich nochmal hier. Uh, ich bin Level 2. Ich bin Level 2. Ich bin Level 2, Hashtag abgehoben. Uh. Gut. So, das da wird gerade installiert. Ach, das dauert in 2 Minuten. So, gehen wir wieder zum... Und dann gehen wir auf das Pokal, weil da mir irgendwas angezeigt wird. Aber ich habe keine Ahnung, was es ist. Freunde... Wo muss ich jetzt drauf gehen? Gehe ich mal hier drauf? Oder da drauf? Oder da drauf? Oder keine Ahnung? Da vielleicht? Keine Ahnung. Gib mir mal irgendwas. Da, genau. Das wollte ich doch wissen. So. Jo, dann war es das mit dem Tutorial. Habe ich ja jetzt auch beendet und so. Jetzt grade mein Robert ab. Und dann würde ich sagen, tschödelidö. Und bis irgendwann mal. Das war es von mir. Oder dir. Und tschüss. Das war es.